Hallo Haimi! Hi! Heißt du eigentlich weiter langer, obwohl Westergaard seit dieser Saison da ist? Ich denke schon, wobei ich meistens Haimi heiße, wie du schon gesagt hast. Wann hat Uwe Kamps Geburtstag? Weiter. Wo wärst du gerade lieber als hier? Überall. Keiner ist länger bei Borussia als du. Was ist das Erste, das du neuen Spielern beibringst? Das Borussenlied. Wie geht das? Die Elf vom Niederrein singen wir immer. Du stehst auf Schlager. Welches Lied würdest du beim Warmmachen am liebsten hören? Ich stehe nicht nur auf Schlager, aber... Ein Schlager beim Warmmachen? Weiter, keine Ahnung. Ergänze. Das orangene Torwarttrikot? Hat mich anfangs sehr skeptisch gestimmt, inzwischen aber überzeugt. Was hast du dir in Mönchengladbach zuletzt angesehen? Das Stadion. Du wirst nach deiner Karriere im Jugendbereich als Trainer tätig. Welchen Satz eines Trainers wirst du nie vergessen? Welchen Satz eines Trainers werde ich nie vergessen? Spontan. Keine Ahnung. Bei welchem Spieler tun dir nach einem Schuss die Hände am meisten weh? Ganz neu, Yannick Westergaard. Was kannst du besser als jeder andere in der Mannschaft? Tanzen. Was ist die peinlichste App auf deinem Handy? Die peinlichste App auf meinem Handy? Peinliche Apps habe ich nicht. Danke. Danke. Danke.